Musik Red Penis Hallo und herzlich willkommen zu Penis Tour de Twites Runde 8 Runde 8 Ich bin mir fest überzeugt Riesenruts ist mit dabei Das ist übrigens die letzte Superkosten in dieser Runde Danke, lieber Gott Ja, aber es kommt noch vom DLC, Fössl Bitte, Fössl Wieso kommt er noch? Äh, keine Ahnung Ich hab 5 Boah Jo Perfektes Start Smaki, fahr mal hin Ja Danke Das ist schlecht Boing Du wirst ja erst, dass er dein gelbes Trikot verteidigen kann, oder? Presidio? Ja Boah Ich knapp war das Oh, Smaki minus Oh, minus 6 Oh ja, jetzt wird's eng schon für den Smaki Wir sind ja jetzt gerade so bei der Halbzeit So 8. Folge von 16 Ähm, und da kriegt der Smaki Mofensausen Kackstift Kackstift Der kleine Onkel Guckt schon raus Der kleine Hurensohn Pass mal auf, am Ende der Folge sitzt der wieder daneben im Smaki Ja Ja Let's mit Jo Jo Und Fössl will vor mir sein, hm? Aber ich bin auch beim ersten Mal rübergekommen, aber auch beim zweiten zumindest Was hab Was irgendwann mal Man, ey War ja bei den letzten, bei der letzten Tour immer hier meine Lieblings Map, ey Aber diesmal, äh Nö, 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 nö Nicht so NEIN Was ist, ist er raus? Ja Ausgepresst Er weiß jetzt schon neben ihr wo jetzt wie heißen ein kackstift zu machen keinen namen gegeben dann könnt ihr ja mal in die video kommentare schreiben wieso der schmack ist ein kackstift nennen ich bin für für hubertus hubertus der smaki kirchen kackstift für andré meine fresse wenn nur einer lacht was sagt ihr das ich habe einen dnf hier und der will vor mir sein ja fast geschafft die map ja fast geschafft fessel war stets bemüht respekt wohl scheiße meine parade map ich jetzt meine rauchung jetzt sagt mir das die 250er genommen passt war gerade da war ich mir ein bisschen käse hier abzuschneiden und bist ja weg der er hat aber es mag ich füßen machen kann es auch genug käse abschneiden was habe ich denn in die schmärz hier wo ich gerade für beruf die map Oh ja, richtig. Gucken wir mal, wer als erstes fällt. Jo, da bin ich schon fast gefangen. Jetzt will ich das sagen, ich setze mich fest. Ja, wieso? Das Marker ist vorne. Da kann er nicht. Da wird er nervös. Hier, direkt am Wagen. Wollen wir noch einen Einsatz machen oder was? Wollen wir noch an der Stelle spielen oder was? Ich bin der festen Überzeugung, dass der Smarky eine Stelle kriegt. Nee. Wie schnell, wie schnell. Ja, vorwärts Salto hier hoch. Jawohl. Ist dir gefallen oder was? Nee. Konnt mich fangen, aber heldenhaft. Oh, hier ist gefährlich immer. Ja, hier ist gefährlich, Smarky. Aber gut, abgefangen. Boah, Krieger. Alter. Boah, bist du eine Lackhure. We love to entertain you. Der Smarky macht keine Nullfeder auf der Map. Ist doch klar. So wie ich fahre ich auch nicht, aber egal. Aber merkt schon, hier wird weniger geredet. Das ist so ein bisschen hier wirklich Prestige. Nein, doch. Doch. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Bist du gestürzt, weißt du? Ja, war aber genau hinter dem Checkpoint. Aber Glück gehabt, weißt du? Ja. Smarky. Jo. Fall mal. Nee, gerade nicht. Smarky, wie viel ist 2 plus 3 mal 4? Ich werde auf jeden Fall, na ja, klar. Ich werde auf jeden Fall nochmal fallen. Was, 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 was? Smarky. Fack mal ein Fessel. 2 plus 3 mal 4. Fack mal ein Fessel. Jetzt her. Jetzt überlegt der Smarky, wie der 14 rauskommt. Was sagt er? Vor Strichrechnung. Ich weiß schon, wie es geht. Smarky. Ja, bitte. Der Cresigno hängt hier im Arsch. Drin. Wie immer. Nee, das ist aber sonst immer Fessel-Torror. Fessel-Torror. Smarky ist mein Terrarium. Mein Terrarium? Was ist denn das? Was ist denn das? So was eh glaubtiges. Boah. Fick dich. Oh, Cresigno. Oh, ho, ho. Ich habe zu sehr nach vorne geguckt. Auf den Smarky-Arsch. Ich weiß nicht. Oh, fuck dich. Nein. Hast du dir gefallen? Ja, ja. Ich habe gewockt auf den DNF. Nein, ich bin auch gefallen. Oh, Mann. Kiger hat noch null Fehler? Ja, noch null Fehler. Aber ich bin eben schon... Ich hätte dreimal fallen, zweimal mindestens fallen müssen. Ja, so wie du getaumelt bist da gerade. Ja, heldenhaft. Alter, das ist ein Witz. Oh, geil. Ach, Simio. Ja, gut. So, ob jetzt der Smarky-Tibaki noch fällt. Ja, dann war's das. Wo ist denn deine härteste... ...deine schwierigste Part? Die Sprünge. Oh, die Sprünge. Smarky. Ja. Da kommen wir jetzt gleich hin, ne? Mhm. Das ist eigentlich so das Schlimmste. Der Rest geht eigentlich. Echt? Geht? Meinst du das? Ja. Smark! Nein! Jawohl. Ist dir einfach gefallen? Ja, fick dich. Jawohl. Ich habe nur null Fehler, Nummer zur Info. Halt die Fresse, du Schwann. Fall mal jetzt. Oh, beinah schon wieder. Ich bin da mit dem Vorderrad gerade die Steine runtergefahren. Alter Finne. Fössl, du Ficker. Bleib mal stehen. Am Arsch. Im Arsch. Ja, da ist Duster. Oh, Mann! Jawohl. Immer noch hinter mir, Kassinio. Ja, ich bin dreimal. Ich habe schon vier Fehler. Boah. Ich bin dreimal an derselben Schnelle gefallen. Das war dann immer so zwei Meter vor dem Checkpoint. Aber egal. Smarky, fall doch mal jetzt. Mach dich mal entspannt. Der Smarky ist schon wieder am... Da merkst du schon wieder, wie der richtig am... Den Kackstoff am reinziehen ist. Jetzt bin ich gleich bei den Sprüngen. Ja. Smarki. Und nervös? Ja. Bitte Fall. Bitte Fall. Wenn du schon herbeisegst, fällt er nicht. Bitte Fall. Smarki. Denk an Ruhmehre fürs Vater dann. Könnt ihr das schon fast sagen, wenn du gewinnst, du bist in der Elgato in der Mitte fällst. Nein! Fuck. Da fall ich hier. Boah, das ist so. Geschafft. Ja, Gratulation Smarki. Nein? Zu diesem Sensationssieg? Noch nicht. Komm Fessel, ohne Scheißen, wenn du jetzt so bleibst, dann warte ich, bis du vorbei bist, dann kannst du noch Erster werden. Jawohl. Was ist das denn? Wobei, wenn ein Krieger so knapp hinter dir ist, der kriegt ja auch noch Punkte. Das ist scheiße. Nein. Der ist nicht knapp hinter mir. Ich bin gleich vor dir. Alter, bin ich geil durchgekommen. Ja. Hier ist auch nochmal meistens gefährlich. Hä? Doch gefallen. Aber, aber direkt hinter mir wegfallen. Ganz eben. Ganz beschneidig. Mhm. Rumsier. Zack. Jetzt hier die schäbigste Stelle. Geschafft. Nein. Gefallen? Ja. 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 Jawohl. Ich will auch nicht Spock sein. Ich will auch so Spock sein. Ich will auch so Spock sein wie das Marker. Boah. Yeah. Ja. Rüber hier. Und weiter. Über dieses Moped. Mit dem Frontflip. Jawohl. Dann kann der ohne Scheiß, Marky, wenn du den Fessel vorlässt. Ja. Er lässt mich ja nicht vor. Mhm. Du überholst sie, ne? Ja. Alles klar. Ne, dann fahr ich durch. Ja. Wenn du so auch ganz bist. Ja. Ja. Weil du hast ja auch Tour de Trials und nicht Pussy Trials, ne? Ja, ich mag Pussy Trials. Cresigno, noch da? Pfff. Irgendwo hinter dir, ja. Ich hab nichts mehr dazu zu sagen zu dir, äh, Blamage, die ich hier, äh, abliefere. Piu. Piu. Sauer. Alter, finde da. Was ist denn da los? Nein. Ja, fester Wurm zu fallen. Boah. Egal. Huah. Ja. Alter. Ich hab das Rennen abgeschlossen. Halten die nur nicht im Ziel. Danke, danke, danke. Das kriegt das wieder ein. Von der Zeit her wäre es sogar eine Platinenzeit gewesen. Was hat er denn? 6,54. Ja. Krass. Wetter als kleiner Krieger. Wetter als kleiner Krieger. Wetter als kleiner Krieger. Wetter als kleiner Krieger. Starkes Ding. Ist ja nicht schwer. Boah, halt die Fresse! Halt die Fresse! Ich setz dich dem Tier ein wieder aus. Seid wohl. Lieblings Map hier. Wies kannte Sand. Ach, ich hab das so zum Kotzen. Weitere sie nicht kannt. Was hast du im Gegenteil? Was auch. Ganz ehrlich. Du musst doch einfach nur hier Gas geben. Also das ist ja auch nicht mal wo er abbremsen muss oder so. Ja, war klar. Ich brem's die ganze Zeit hier. Ja, deshalb hasste die auch. Hopps. ja wohl er ist ja dieses schwanz gesicht an ohne scheiße ich bin nicht ins tierheim ja bock ich ja ach so jetzt können noch vier folgen oder was stimmt die riesenhut hat zwölf minuten gekostet stammhalter schmacki halte mir den stamm könnt ihr mal erzählen wie viele sexuelle anspielungen heute ja vom schmacki von euch beiden homofürsten von mir kommen keine sexuellen anspielungen was denn liebesbeweise das sind keine anspielungen mehr das ist schon live und direkt boah schade krisenio boah ja genau krisenio wenn ich dieses spiel gewinnen wenn so ein pimmelmann hier rum und einfach nur ne das ist einfach nur eklig das ist einfach nur eklig ja den kommen wir direkt mit dem tierheim aussetzen ja boah nee du kommst direkt in die einschläferkammer kastrationszelle ja genau macht ja nix und willst ja kastrieren irgendwas schneiden wir ab zogen brauchen wir ja nicht abschneiden da passiert ja eh nix wer lässt sich so eine kack map einfallen ja fick dich kommst du nicht über das staat nein könnte dnf werden ja ja soll ich gas geben dann werdet ihr alle in dnf bringen mach mal boah ist das ey ohne scheiße verlange bei dieser map oh meine aufnahme ist hängen geblieben tut mir leid ja nein ja ja krisin wir haben gemerkt dass du bist ja 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 das wäre überbewertet gibt's n dnf für b ähhh neiiiii nein da ist doch das ziel ich sehs doch tschüss Kacke boah mach ich grad nen vorsprung klar alter ist denn hmm Aff kriegerbosselstamm alter lol Boah, war der geil, Alter. Warum lacht der nicht? Weil der scheiße war. Boah, warum lacht der nicht? Warum lacht der nicht? Fishing for Louse. Hier hoch den ersten. Jo. Meine Fresse, eh. Jo, da kommen die drüber. Gut. Krass, ey. Das ist scheiße geworden. Aber kein Problem für den Schmacki. Schmacki Wookiee 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 ist Number One. Oh yeah. Ganz gescheitlich. Und Kresino schlitz sich nochmal auf. Ach, Krieger, fängt sich doch ins Ziel da. Was ist denn das? Oh. Deng, 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 deng. Boah, guck mal, wie der jetzt textet. Mann, ey. Hast du groß gemacht, Smacki, ne? Ja, wa? Naja. Komm, mit Kresino aufm Gleichstand hier. Das heißt schon was. In einer Runde. Naja. Komm, Krieger, du kommst mir mal ansatzweise ran, ne? Alter. Da hat er nicht Unrecht. Da kann ich ihn mal hängen lassen. Da kann ich ihn mal hängen lassen. Ja, ja, ja. Was ist denn bei der Kampfversage? Nächste Tour de Trades gewinne ich? Ja, gut, äh. Ja, gut, äh. Ja, natürlich, ja, wie gesagt, aber äh. Gestern war, gestern ist heute, äh. Ja, man muss auch gucken, äh. Du bist ja hinter mir, äh. Komm, wir haben überlegt, ne? Wenn Kresino nicht dabei wäre, dann wäre ich jetzt erster. Boah! Ey, ohne Scheiß. Ich war vor Smacki im Ziel. Ja, ja. Und der rechnet schon wieder ab. Ich schwöre, dass ich vor dir im Ziel war. Ja, 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 ja. Ja, fickt euch hier, Spassi. 36, schön gediegen. Fresse. Einfach Fresse. In diesem Sinne, gut, tschüss, euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Beenden wir jetzt.